Scheiße Guck mal Lampe Ich will die Lampe So viel glaube ich zu wissen Die Mächte kommen vom selben Ort Aber sie können sich auf unterschiedliche Weise manifestieren Sie scheint an beiden Orten zu existieren Es sind wir Es sind wir Als ob ihr Geist zwei Körper gleichzeitig bewohnen kann Was immer ihr an einem Ort geschieht Wirkt sich auf den anderen aus Sie sieht die Grenze zwischen den Orten Oder sind sie ein und derselbe Neue Hypothese Der Tod lichtet den Schleier zwischen den Welten Sodass sich ein neugeborener Geist niemals spalten muss Gibt das Sinn? Auf eine beschissene seltsame Weise Na gut Question next question Ich hab keine Ahnung Was die zuschreibende Person uns damit sagen will Was noch ein Die hat es echt mit Schmetterlingen Oh 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 Halt stopp Vitamins Antibiotics Neuroleptics Antidepressants Selbst bei meinen Standards Das sind viele Pille Ja ich mein da war jemand vorbereitet Für den Fall der Fälle Dass er sich hier unten verkriechen muss Äh Ist die Frage Wie sorgen wir hier jetzt für Strom Guck mal die Axt Die kannst du mitnehmen Ja oder Oder die Spitzhacke So Äh Ach du Scheiße Da hat sich jemand Eingesperrt Ach Guck mal Einsicherung Oh verdammt Ich hätte die nicht rausdrehen sollen Weil sonst hätten wir eben gerade noch ein Licht hier drin gehabt Das war definitiv Lillys Platz Okay Warum Salz Wer hätte gedacht dass es so einfach ist Ein bisschen Alchemie Etwas Spiritualität Das ist alles Die Märchen Sind anscheinend doch wahr Egal der Raum ist bereit Und er funktioniert Er funktioniert wirklich Zum ersten Mal in meinem Leben Kann ich ganz allein sein Es ist einfach so verdammt schön Ach guck mal Kollege Interessant Das heißt der Dämon hat zuerst Lily besessen Und will jetzt uns Kohle Warum Warum Kohle Hier wurde ein kleines Kind eingesperrt Aus welchem Grund auch immer Weil ich Spitzhacke gesagt hab Okay Sodium Chloride Aber warum Warum ist das so Ich verstehe es nicht Aus welchem Grund Das Haus ist niedergebrannt Die Kinder sind aus dem Haus raus Warum wurde Lily hier unten eingesperrt Es ergibt Noch keinen Sinn für mich So das Ding ist Was soll ich jetzt mit dieser Einsicherung Ich habe anstelle von Eichhörnchen 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 Ein Hörnchen LOL Ich sehe dein Problem da Eichhörnchen Eichhörnchen Hä LOL Aber jetzt nochmal Was soll ich mit dieser Einen Pupsicherung Das sind ja auch alte DDR-Sicherungen Das sind ja auch alte DDR-Sicherungen Okay Dann machen wir halt nur das Sind jetzt noch andere Türen aufgegangen Es sind noch andere Türen mit aufgegangen So da haben wir einen Spiegel Das wäre tatsächlich interessant zu wissen Hast du gehört Alice Mach besser hin Ist das die Szene hier Wo das Interview Passiert Am Anfang Und wo man das hin und wieder bekommt Ist das der Tisch Weil da sind ja auch die Gläser Es ist jetzt still Nur ich und sie Nur ich Und sie Es fühlt sich seltsam an Aber auf eine gute Art Wie es sein sollte Ich genieße das besser Solange es geht Ich habe bereits damit begonnen Die Werkstatt ins Hotel zu verlegen Wenn etwas passiert Will ich nicht Dass sie in ihrer Nähe ist Ich gehe bald hinein Um ihn zurückzuholen Das kann nur eines von zwei Enden nehmen Entweder kommen wir beide zurück Oder niemand von uns Beeil dich doch selbst Ich bleib im Wunderland Ja nee Du kommst ja nicht ins Wunderland rein Ohne dass der Spiegel repariert ist Jetzt hoffe ich mich hier noch beeile Dass du in dein Wunderland kommst Wo kommen wir denn da hin So was haben wir hier Ah geil Gemeinschaftsdusche Nee Das klingt Wie angenehm Komm das lass mal laufen Guck mal Spiegel Nummer 1 Ich kann nicht ins Klo reinschauen Was Ich hoffe das ist keine Lizenzierte Musik Looks like he could never quite Let go of his passion In another life Sie hätte mich heute beinahe gesehen Mich gespürt Ich hätte das wissen müssen Ich muss vorsichtiger sein Ich muss Abstand halten Kein Tag vergeht an dem ich nicht an sie denke Ich weiß dass es das richtige war sie im Krankenhaus zu lassen Es ist besser so Es geht ihr besser so Aber ich denke ständig an den Tag An dem es endlich so was ist An dem sie entdeckt was sie wirklich ist Sie wird verwirrt sein Angst haben Es sollte für sie da sein Damit sie das alles versteht Um ihr zu sagen Dass alles in Ordnung ist Nein Sie wird es schaffen Sie ist stark Genau wie ihre Mutter Die Musik ist echt schön ja Ich habe überlegt anzurufen Und zu fragen wie es ihr geht Ssshh Another one Why can't we run Why can't we be This was definitely Thomas' workspace I can sense the determination Whatever he was working on He really gave it his all Were you trying to send the monster away Or to get your other self back To a place where I can stay My light It fades away It shines no more When I try to run I fall Sonst war hier nix Ich finde es schön wie die singen Don't run Und nicht einfach direkt anfangen zu sprinten Okay ich brauche noch ein drittes Natürlich Oh And there it was The moment we finally met It's It's you You're alive Thomas Wait Yes Wait You're the other one The spirit But the hound And I thought you were gone Gone No No Trapped I spent years in Henry's fucked up world When you You sent him away I could I could finally Break free That's why you're so important You can finish this Where is he? Where is my father? I don't know I For the first time in my life I I I I don't Feel His presence I I've been away for so long Could you Could you Could you stay For a moment Tell me How 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 All this Started For a moment Could she Any Das ist voll traurig. Das ist mega traurig. Holy shit. What about Lily? Did my father... No. He couldn't have. He wouldn't. He loved her too much. Both of you. So, what happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell back there... It only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. He was the only place he could feel, I don't know, separated from his powers. From me. He came in handy. He came in handy. And once Lily became unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. I guess everyone's in the family. When Richard... When Richard... When Richard hurt her... It woke... Something inside her. Something... Something terrible. I knew it was only a matter of time before I got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's why he called with me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? You're nowhere. The lake. It's coming. Time for you to go. I'll hold it all for as long as I can. I'm not leaving you. You can't only save everyone. Butterfly. Trust me. I know. I don't... I don't... I'm sorry. I'm sorry.